So, hallo und herzlich willkommen. Unsere nächste Runde beginnt und denkt bitte immer daran, im gewährten Modus könnt ihr 25 verschiedene Ränge erreichen und darüber hinaus den höchsten Rang Legende. Ja, haben wir schon mal gehört. Das ist schön. Wir arbeiten hier dran. Und unser erster Gegner wird ein Priester. Eure Zeit ist gekommen. Schauen wir mal, ob wir was Schönes bekommen hier. Ein Staubteufel. Hält uns zwar in der ersten Runde ein bisschen, oder in der zweiten Runde dann ein bisschen auf, aber dafür sind die sechs Schaden so gut wie garantiert. Weil der Priester eigentlich nichts Großartiges dagegen setzen kann. Und wir bekommen... Nichts. Jetzt wird er was spielen. Nichts. Da hätte ich jetzt mit mir. Beute, Hamstrup, wäre schön. Ich habe jetzt gedacht, enden wir die Karte gleich aus dem Spiel. Aber ja. Ähm. Kann ich mal da aufwärts? Wir machen Carbora. Windsprecher. Wenn wir den nachher noch... Naja, vielleicht auch nicht. Es geht ja nicht doppelt Windfury. Begrüßt die Leere. Oh. Die ist natürlich immer ein bisschen arg nervig. Aber... Möglichkeit 1. Wir gehen... Äh. Wir schützen uns gegen die Nussmagenbissen. Wir werden jetzt eine Heilung machen. Und dann mit ihr uns auch ganz losgehen. Und damit hat er dich schon Schaden. So. Ähm. Ein Yeti oder... Wir schauen mal nach, was wir bekommen. Wir bekommen einmal den hier. Und spielen wir glaube ich... Wir brauchen noch eine Runde in die nächste. Wir brauchen noch ein Ende. Na wir können dann... Wir können dann... Wir brauchen noch... Wir brauchen noch eine Runde in die nächste. Wir brauchen noch eine Runde in die nächste Mitte. Oder hätte ich in dieser Runde eher den Antigolem? Antigolem und in der nächsten Runde eine Schwarze Ritter. Wie wolle ich den eigentlich gern für... Ja. Ah, ist ne schwierige Frage. Ah! Gut! Okay, erledigt. Niemand kommt an mir vorbei. Sag ich nicht. Schade. Und dann ist die Sache geschwitzt. 20 zu 30. Und dann ist die Sache sicher. Oh! Sanitäter! Oh! 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 Ich will auch in der Lenge. Ich neb, wenn er noch schön buffen will. Das hat ihn so schön gebufft. So viele Karten reingesetzt. Da wäre es doch eigentlich schade. Ja, schade. Ähm. Und wir spielen... Spürt die Macht der Winnung auf ihn. Ich bin unbesiegbar. Das war's. Es waren drei Karten, die er reingeschützt hat. Begrüßt die Leute. Also es gibt eine Karte, die mich wirklich aufregt. Ähm. Wir können... ihn opfern. Oder wir spielen... Ja. Ich denke, wir haben es. Wir spielen einmal hier. Dann hat er nur noch zwei. Hier kommt unser Totem. Damit wird er auf zwölf gehauen. Und jetzt wird es weggehauen. Und noch ein Schaden fehlt uns. Und ihr habt es gesehen. Gut. Also, Windfury hat uns mal wieder geholfen. Und wir sind ein bisschen mal wieder aufgestiegen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Runde. Mal sehen, was wir dann spielen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja. Äh. Gebt mir eure Kommentare zur Spielweise. Was hätte ich in der einen Szene noch besser machen können? Hätte ich den Golem spielen sollen? Oder war es gut, dass wir gewartet haben? Weil ihr in der nächsten Runde dann halt eben der Denk haben. Abonniert mich noch. Und ja. Danke. Bis zum nächsten Mal.